Du willst erfahren, wie du mehr Umsatz, mehr Ergebnisse und weniger Stress in deinem unternehmerischen Leben einbringen kannst? Dann bleib auf jeden Fall hier dran. Lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. Herzlich willkommen, mein Name ist nach wie vor Nico Becker. Ich habe mir heute den Saar Charme an meine Seite geholt. Und wir möchten heute mal über ein Thema sprechen, was bei uns in den Kundengesprächen eigentlich immer allgegenwärtig ist. Das hat sowohl Einflüsse auf dein Geschäftsleben als auch nachher auf das Thema Marketing und Werbung. Da wird der Kollege auch noch ein bisschen was sagen. Und es geht um das Thema Positionierung und Fokus. Warum ist das so wichtig und warum wird es so oft missverstanden bzw. einfach falsch umgesetzt? Also vielleicht erst mal zu der Erklärung, was meine ich damit? Wir sehen es immer relativ häufig bei unseren eigenen Partnern, wenn die dann eben gerade bei uns in die Zusammenarbeit reingehen. Im Bauelemente-Bereich haben wir da Unternehmen, die machen Photovoltaik, die machen Haustür und Fenster. Wobei, da muss man sagen, das liegt auch beieinander, das kann man verstehen. Aber das Unternehmen macht dann irgendwie noch Terrassendächer und, weil es möglich ist, auch noch Insektenschutz. Wie gesagt, die Tendenz in diese Richtung ist absolut menschlich. Das kann ich auch absolut nachvollziehen, weil man möchte natürlich sich für den Markt so breit wie möglich aufstellen. Denn ich glaube, der Gedanke, der oftmals irgendwie entsteht, ist natürlich, okay, je mehr ich anbiete, desto mehr werde ich auch irgendwie abfischen können. Wie gesagt, die Tendenz ist absolut menschlich. Wir sehen es aber immer eigentlich jeden Tag bei uns in den Gesprächen und auch in der aktiven Zusammenarbeit einfach, dass sich dadurch manchmal Probleme auftun. Weil man muss fairerweise dazu sagen, ich denke, das wirst du dann besser wissen als wir vielleicht hier, der Prozess, bis man jetzt zum Beispiel eine Photovoltaikanlage verkauft, das ist ein anderer Prozess, als wenn man eine Tür verkauft. So, natürlich ist es am Ende des Tages irgendwie ein Produkt, was ich verkaufe und montiere, aber wir haben dasselbe bei uns in den letzten zwölf Monaten sehr, sehr stark mitbekommen, also wir haben jetzt Mitte 2024, dass ganz viele Unternehmen auf diesen PV-Zug aufgesprungen sind. So, ich sage auch gar nicht, dass das schlecht ist, man hätte da oder man kann da auf jeden Fall immer noch gut mitmachen, aber man muss sich einfach den Konsequenzen bewusst sein. Also es gibt ja so ein bisschen den Spruch, wer für alle steht, steht im Endeffekt für gar nichts. Mir ist aber eher wichtiger, dass du verstehst, was hat das für Konsequenzen für dein Unternehmen. Wenn du jetzt, meinetwegen, 20 Jahre lang PV gemacht hast und auf einmal entschließt du dich dazu, dass du Haustüren mit dazu nimmst, dann brauchst du mindestens mal einen Mitarbeiter, der sich im Haustüren-Bereich auskennt. Irgendjemand, der diese Sachen am Ende des Tages verkauft. Andersrum ist es vielleicht noch viel schlimmer, du brauchst jemanden, der sich mit PV-Anlagen auskennt. Das kommt einfach dazu. Du kannst nicht mit der gleichen Truppe von heute auf morgen ein neues Produkt mit dazu nehmen. Du brauchst bei einer PV-Anlage irgendwann auch Elektriker, die das Ganze mit anschließen. Im schlimmsten Fall oder mindestens brauchst du ja einen Subunternehmer, der das Ganze mitmacht. Und da erlebe ich einfach regelmäßig immer wieder, dass viele von unseren Partnerunternehmen dann aufgrund von einem falschen Glaubenssatz vielleicht sogar den Umsatz marginal steigern. Aber die Komplexität steigert halt mal zwei gefühlt. Das Fulfillment dahinter. Genau, das Fulfillment, die Kosten steigen in irgendeiner Form. Und dabei hätte es einfach viel mehr Sinn gemacht, diese Kapazitäten, die du jetzt in eine neue Sparte zum Beispiel steckst, einfach in mehr von dem zu stecken, was du sowieso schon hast. Weil das ist dann die zweite Erkenntnis für dich. Ich habe es eigentlich immer wieder bei unseren Partnern mitbekommen, wann immer uns ein Partner gesagt hat oder zum Teil sind Partner ja auch deswegen Partner geworden, weil sie eben gedacht haben, in meiner Region ist nichts mehr zu holen. Und es stellt sich meistens immer so raus, dass man trotzdem nur an der Spitze vom Eisberg kratzt. Also wann immer du das Gefühl hast, okay, ich kann jetzt in meiner Region nicht mehr rausholen, wenn ich nicht noch ein anderes Produkt mit dazu nehme, kannst du dir fast sicher sein, dass es doch so ist. Dir fehlt vielleicht einfach nur der Werbekanal, dir fehlt vielleicht der richtige Hebel, die richtige Marketingbotschaft oder, oder, oder. Aber du kannst davon ausgehen, dass der Markt einfach wesentlich mehr rausholt. Und für mich ist, wie gesagt, nur wichtig, rein was das Geschäft angeht, es ist absolut menschlich und nachvollziehbar, wenn man sagt, man nimmt jetzt irgendwas mit dazu, ja, wenn man seine Positionierung ein Stück weit erweitert. Sei dir aber bewusst, dass du natürlich ein bisschen Expertenstatus verlierst, denn wenn man das jetzt vergleicht von mir aus mit einem Arzt, also jeder geht, glaube ich, eher zu einem speziellen Mediziner für das eine Problem, als zu einem Allgemeinmediziner. Da hat man einfach das Gefühl, man ist bei einem Profi, bei einem Experten. Und wenn du es trotzdem machst, dann überleg dir vorher ganz gründlich, was es für Konsequenzen hat. Was musst du tun, um das Fulfillment dahinter abwickeln zu können? Und im besten Fall kümmere dich auch schon darum, bevor du letzten Endes entscheidest das und das nehmen wir jetzt mit auf. Das ganze Thema Positionierung hat aber natürlich auch, ja, Konsequenzen für den Bereich Marketing, wahrscheinlich sogar die weitreichenden, weitreichenderen Konsequenzen. Und dazu wird dir aber der Kollege noch ein bisschen was sagen. Ja, vorher müssen wir aber einmal differenzieren. Es gibt halt zwei Arten von Marketing. Das eine ist eher Performance-Marketing, nenne ich das jetzt mal, und das andere ist Brand-Marketing. Und du wirst mich bestimmt, oder du wirst bestimmt, während Nico gesprochen hat, gedacht haben, ja, aber es gibt ja so viele große Firmen, die alles machen. Ja, das stimmt. Die Frage ist nur, wann sind sie auf diese Sparte gekommen? Das hat Nico auch schön erklärt. Es geht halt einfach darum, wann habe ich einen idealen Prozess geschaffen für Fenster und irgendwann nach x Jahren ergänze ich dann die Haustürsegment und so weiter und so fort. Und hier bei diesem gesamten, bei diesen größeren Firmen haben wir oft Brand-Marketing. Das heißt, es wird eine Marke präsentiert, die schon gestanden ist. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, dass anhand dieser Werbung sich direkt jemand einträgt oder über eine Anzeige sagt, ja, das gefällt mir, sondern es geht halt darum, da wirklich einfach Vertrauen zu schaffen, die Marke zu vergrößern, also sichtbar zu machen, das Logo in der Region einfach bekannter zu machen. Und jetzt, großes Beispiel, Vero zum Beispiel macht ganz viel Brand-Marketing, ja, da sind auch viel schönere Fenster immer zu sehen, Lebenssituationen, ja, das ist halt Brand-Marketing und das versucht eine Marke, die schon steht, die schon, ich würde mal sogar sagen, starke Umsätze hat, ja, die noch größer zu machen, bekannter zu machen, Vertrauen zu schaffen, ja. Und oft ist es aber so, dass im Performance-Marketing, also wenn du versuchst, wirklich Anfragen zu generieren, Leads über Online-Wege zu generieren, dass das komplett was anderes ist und auch ganz anders funktioniert. Also ich spreche hier aus Erfahrung, also wir haben das schon, ich würde sagen, im sechsstelligen Bereich an Werbebudget getestet und viele unserer Partner sind auch damit auf die Schnauze gefallen. Das muss man auch sagen, weil wir das ja empfehlen, aber manchen kannst du das ja nicht ausreden. So, und es geht halt einfach nicht und ein Paradebeispiel, dass jetzt sehr, sehr viele, die, weil du ja Photovoltaik auch genannt hast, die hat gesagt, ja, okay, ich biete ja Photovoltaik und Wärmepumpen an, dann lass uns doch Werbung für beide schalten. Und warum auch immer, zu den Gründen kommen wir gleich, funktioniert es nicht und das kann für Leute dazu führen, dass sie erstmal komplett das Vertrauen in Marketing verlieren, weil sie denken, ja, das funktioniert ja nicht. Und wenn wir dieselbe Kampagne splitten und sagen, hier, ich habe die beste Wärmepumpe und ich habe zum Beispiel eine Photovoltaikanlage, dann garantiere ich dir, dass das auf Facebook besser laufen wird. So, die Gründe sind eigentlich relativ einfach, weil viele Sachen kannst du nicht kombinieren. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Photovoltaik, Wärmepumpe. Die Wärmepumpe wird mit 70% gefördert, eine PV-Anlage nicht. Das sind ja zwei starke Benefits, die du dir automatisch quasi wegnimmst, wenn du beides bewirbst, weil du kannst jetzt nicht mehr im Gesamten darauf werben, dass du 70% Förderung garantieren kannst oder einholen kannst, weil das die PV-Anlage gar nicht hat. Aber diesen starken Benefit nimmst du dir quasi mit. So, und es ist halt auch oft so, dass, du hast den Spruch schön gesagt, also wer zu viel macht, macht auch irgendwie gar nichts. Und ja, das ist nicht nur so ein Spruch, das ist die Wirklichkeit. Also dieses Empfinden haben viele normale Leute, die letztendlich deine Anzeige sehen, also deine Zielgruppe, die auf Social Media unterwegs ist. Und ich meine, das Handy ist auch nicht so riesig, so viel Platz hast du auch nicht auf einer Grafik. Und diese ganzen Informationen da reinzubekommen, ist meistens schon wieder so ein Over-Deliver, also du hast einfach zu viel Information, dass ich als Endnutzer vielleicht, dass das einfach zu viele Informationen sind und ich dann sage, nee, weiter. Und das meine ich mit, wir fokussieren uns auf eine Sache und sagen, die ist super. Und das spricht jetzt auch gar nicht dagegen, dass du mehrere Sachen anbieten kannst. Ich spreche nur von einem separaten Trennen der Werbung. Und du wirst merken, im Social Media Bereich, also Anzeigen, wird das besser funktionieren. Worauf man dabei noch achten muss, ist natürlich auch, dass wenn wir Lead-Generationen machen, dass wir oft ja einen Prozess dahinter haben. Jetzt, Beispiel wieder bei uns, du bist Kunde bei uns und vertreibst Fenster, dann ist der Weg danach, also vom ersten Kontaktgrafik, bis ich mich eintrage, alles auf diese eine Marke, auf dieses eine Produkt fokussiert. Also das heißt, die Fragen sind so gestellt, psychologisch, passend und so weiter. Und dieser Prozess, der darf ja nicht zu lang sein. Von der ersten Sekunde, wo du eine Anzeige siehst, bis er sich einträgt, das sind maximal zwei, drei Minuten. Und jetzt stell dir vor, du bietest Photovoltaik, PV oder noch was, oder bleiben wir nochmal Fenster, Haustüren, Terrassenüberdachung an. Und jetzt hast du diese Werbung und dieser Prozess dahinter, der ist nicht schlüssig, weil, worauf willst du dich jetzt eintragen? Du musst dir alles optional anbieten können, geht zum Fenster, geht zum Terrassen, geht zum... Und diese Komplexität dahinter und dieser Funnel dahinter, dieses Formular, das darf einfach nicht zu kompliziert werden und so kriegst du die Leute meistens nicht. Kleiner Exkurs dazu, das gilt natürlich aber nicht nur im Bereich der verschiedenen Produkte, sondern auch wenn du nur ein Produkt hast und da hinten einen zu komplizierten Prozess hast, das muss ich auch nochmal kurz erwähnen, dann kann die Absprungrate auch sehr, sehr hoch sein. Also das eine, es löst jetzt nicht alle Probleme, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache nur noch Marketing für einen Prozess. Für ein Produkt, dieser Prozess von A bis Z muss einfach durchdacht sein. Und wenn du da die ideale Vorlage dafür suchst, dann bist du natürlich bei uns, bei der A und M, genau richtig. Damit würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende des Videos. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie der Kollege schon gesagt hat, wenn dich das weiter interessiert, dann schau auf jeden Fall auf unserer Homepage vorbei, ar-beratung.de. Und falls nicht oder hoffentlich, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.